Hallo, ich bin Hamer Ulrich. In diesem Videotraining tauchen wir tief ein in das Thema InDesign-Tabellen. Ich bin seit 1999 als Trainer für InDesign und andere Publishing-Werkzeuge tätig, halte regelmässig Vorträge und schreibe mit beim bekannten Publishing-Blog. Die Videos richten sich an Layouter und Designer, welche die Möglichkeiten der InDesign-Tabellen erlernen wollen. Grundlegende InDesign-Kenntnisse werden dabei vorausgesetzt. Insbesondere im letzten Teil, den verrückten Tipps und Tricks zu InDesign-Tabellen, kommen auch gestandene InDesign-Profis auf ihre Rechnung. Zunächst geht es in diesem Training um die Grundlagen der InDesign-Tabellen, bevor ich die Möglichkeiten zur automatischen Aktualisierung von Tabellen für Geschäftsberichte und andere Einsätze aufzeige. Wichtig sind auch weiterführende Techniken wie Kopf- und Fusszeilen oder etwa die automatische Formatierung mit Tabellen- und Zellenformaten. Kommen Sie mit auf den Tauchgang und erfahren Sie Neues zu InDesign-Tabellen. Viel Spass mit diesem Videotraining!